Was interessant ist, ich gebe ja immer an, dass man viel trinken muss. Und ich habe jetzt schon, das ist jetzt 13.02, ich habe jetzt schon dreieinhalb Liter getrunken und habe nicht das Gefühl so, oh, wie so ein Palat. Man gewöhnt sich wirklich dran, also, ähm, die gewöhnt sich dran, mehr zu trinken. Meine Frau hat früher, wenn du nur selter getrunken hast, was du getrunken hast, sechs bis acht Flaschen. Also, sechs bis acht Flaschen, nur bei der Arbeit, 0,7 Liter, 6 bis 8 Flaschen, maximum bei zehn Flaschen, weiß ich noch, ne, zehn Flaschen, also immer schon mal auf der Arbeit, immer so fünf, sechs, sieben Liter auf der Arbeit und, ähm, ich habe einen Athleten, der trinkte Ellenflater, was ich eigentlich zu viel erachte, habe ich ihm auch gesagt, aber er hat 40 Kilo jetzt in fünfeinhalb Monate runtergezogen und deshalb ein Appell an alle Männer draußen, fünf bis acht Liter, wenn ihr runterziehen wollt und vier bis sieben für alle Frauen. Und wenn vier nicht passen müssen, dann sind wir jetzt sechs Tage auf Ultrawall-Inklusiv. Und wir machen da leider keine Idee, also leider, Baklava und alles und mindestens, mindestens, mindestens drei Mal am Tag essen, wahrscheinlich vier Mal am Tag, richtig? Das ist ein All-Inklusiv-Urlap. Genau. Und dann seht ihr, dass man mit viel trinken, wir werden mindestens sieben Liter am Tag trinken und mit zweimal Sport in den sechs Tagen und mit viel Entspannung, was ja ganz wichtig ist, sage ich immer wieder im Coaching, ihr müsst kompensieren, wiederkommen und wir wiegen weniger. Ja. 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 Wir werden weniger wiegen. Ich meine, unser Gewicht steht gerade drin. Sag mal, wir werden weniger wiegen. Wir werden weniger wiegen. Ach so. Er wird aber nicht weniger wiegen. Versuch mal rum zu wassen. Passt mal rum. Ich hab grad gesagt, wenn ich endlich mal ein bisschen im Stad meiner Frau noch rumstieg, ich sag, wenn ich meine Frau mit drauf nehme, dann hab ich Klicks. Ja. So, up to date. Weiter geht's. Okay, Leute. Okay, weiter geht's. So, das ist der Stand der Dinge. Jetzt geht's ja ins All-Inclusive-Ultra. Alles Essen, Baklava. Wir haben was am Tag. Wir nehmen euch natürlich mit. Oder vielmehr wir nehmen euch mit. Und dann könnt ihr mal gespannt sein, wie ich fertig wiederkomme. Nämlich gar nicht. Sogar schlank als vorher. Boah.